Wir haben seit ungefähr anderthalb Jahren ein Förderprogramm oder eine Förderkategorie für innovative audiovisuelle Inhalte. Dort können junge Web-Video-Leute auch beantragen. Wir haben es aber allermeistens bisher gesehen in crossmedialer Formatentwicklung, also die mit ihrer Idee auf allen Plattformen aufscheinen. Aus dem Bereich haben wir eine ganze Reihe von Anträgen gehabt. Naja, also klassisch jetzt, wenn es um die Förderung beispielsweise einer Web-Serie geht, gibt es einen Antrag in der Kategorie innovative audiovisuelle Inhalte, natürlich vorrangig für NRW-Web-Video-Leute. Die wird inhaltlich begutachtet und man kann für die Entwicklung des Projektes Fördergeld erhalten. Das ist ganz einfach, muss man mal sagen. Und es ist im Grunde vom Fördervorgang einem Film, der auf dem Kinoveröffentlichung abzielt, sehr vergleichbar. Das Netz ist die zentrale Kommunikationsstruktur der Gegenwart und der Zukunft. Und genauso wie die Games ins Netz gegangen sind, wie die Musik ins Netz gegangen sind, wie das Fernsehen inzwischen ins Netz geht, wie wohl noch ein bisschen politisch behindert, wird das selbstverständlich mit größeren Bandbreiten so kommen. Nur, Kinofilm ist eben ein sehr, sehr teures Gut und es muss für die Produzenten und alle, die daran beteiligt sind, gewährleistet sein, dass man wirklich auch eine verlässliche Bezahlform hat. Sonst haben sie halt eine sehr schnelle Entwertung. Das heißt, wenn die ganze Urheberrechtsproblematik, Leistungsschutzrechte und so weiter, das muss ja alles mal ausdiskutiert werden. Ich weiß, es ist für viele lästig, die drauf gucken. Es ist aber natürlich für eine Filmproduktionsfirma essentiell, dass hier entsprechende Schranken aufgebaut werden. Sonst haben sie halt mit der Piraterie alles platt gemacht. Aber ich bin ganz sicher, dass der Weg unumkehrbar ist. Man muss nur Verabredungen finden, dass hier verlässliche Einnahmen da sein können. Jetzt habe ich das Gefühl, dass die ganze audiovisuelle Branche im Augenblick lauert und beobachtet. Was macht Netflix, wie geht das mit Watch Ever, was ist mit Bezahlkanälen in YouTube. Und wenn das sich noch ein bisschen mehr strukturiert hat, glaube ich, wird es interessante Finanzierungsformen für alle Art von Bewegtbildformaten geben. Andererseits glaube ich, dass man aber auch ganz stark aufpassen muss, dass man schnell und gut sich in dem Feld bewegt, nicht so lange wartet wie die Musikindustrie. Sonst hat man halt, gut, wir haben aber jetzt auf der anderen Seite auch Formen gefunden. Sonst hat man halt nochmal so ein Tal, das man durchschreiten muss. Aber ich glaube, dass viele Leute das sehr genau beobachten. Und es wird noch einen Moment dauern, aber Finanzierung wird möglich sein. Also meine Erfahrung ist eigentlich bei den Kreativen im Film, dass die mal unmittelbaren Respekt vor Kreativität auch anderer haben. Es gibt sehr, sehr viele Regisseure, Kameraleute, Schauspieler, die sich für Nachwuchsarbeiten interessieren und da auch mittun. Sagen wir mal, ein bisschen der Abstand, den man noch hat gegenüber audiovisuellen Inhalten im Netz, das ist eher vielleicht der eigene biografische oder dass man nicht so genau weiß, wie rankommen, wie nutzen und was soll das jetzt, das kann ich umsonst sehen. Ich habe mein ganzes Leben damit zugebracht, dass jemand eine Kinokarte für mich kauft. Das ist ja eher so eine grundsätzliche industrielle Mentalität. Aber ich glaube, dass wann immer man einen Kreativen, also ich denke zum Beispiel an so eine Person wie Wim Wenders, vor sich hat und schaut mit dem was an, was einen verfängt, ist er dabei. Das sind Leute, Wim Wenders hat, als die DV-Kameras da waren, sofort gesagt, Rumsherr, mache ich einen Film mit. Als 3D kam, hat er gesagt, ich mache eine 3D-Doku. Und genauso werden wir jetzt hier mit ihm in Nordrhein-Westfalen ein Stipendium machen für sozusagen neue Inhalte und Filmschaffen. Er wird ja hier eine Stiftung ansiedeln in Düsseldorf und das werden wir zusammen tun. Und ich bin sicher, dass es schon da zu einer Vermischung kommen wird von jungen Filmleuten und Webvideoleuten. Ich wüsste gar nicht ehrlich gesagt, wo der Unterschied dann noch sein sollte, außer vielleicht in der Formatgröße. Bei all dem, was ich zum Beispiel im letzten Jahr an prämierten Sachen beim Webvideopreis gesehen habe, muss ich mal sagen, es ist eine so fantastische Qualität und Kreativität, die man sich ja oft im Kino wünschen würde. Also ich hoffe sehr, dass es da wirklich einen Kreativen, einen Crossover und einen Austausch gibt, dass man auch aus dem Netz Dinge entwickeln kann. Und was ich jetzt ganz hoch gelobt, ich weiß nicht, ob Sie das mitverfolgt haben, ist ja ein neues Format auf Art About Kate, ein crossmediales Storytelling. So etwas haben wir sehr, sehr viel jetzt vorliegen. Wir haben jetzt quasi schon als neues Genre so etwas wie Webdoku, die ihren Stoff, ihre Idee wirklich, bisschen Kino, Fernsehen, Internet, interaktive Anteile etc. aufbaut. Und ich finde, dass das für manche, sozusagen Kommunikationsabsichten, die absolut richtige Form ist und begrüße das sehr. Wer immer mit einer guten Idee kommt, der Kombination, ist hier sehr willkommen. Und wir möchten gerne auch für den gesamten Webvideobereich mal Werbung und Aufmerksamkeit herstellen. Das ist ja auch der Grund, warum wir uns entschieden haben. Ich war einmal im letzten Jahr beim Webvideopreis, wow, wenn ihr einen Partner an eurer Seite braucht und auch einen Förderer, wir sind da. Also wir möchten unbedingt mit tun. Das ist nur, sagen wir mal, das ist schwieriger zu so einer Szene als ein Haus, ich meine, wir sind auch nicht unendlich groß, Kontakt aufzunehmen, als jetzt zu einer irgendwie strukturierten Filmindustrie, weil das sind ja sehr viele Leute, die wirklich erst mal als Einzelkreative unterwegs sind. Aber wir haben uns auf den Weg gemacht, das zu tun und vor allen Dingen auch, sagen wir, im Standortprofil, das zu einem wesentlichen Faktor zu machen. Denn da kommt ja auch die junge Kreativität her, die wir vielleicht übermorgen im Fernsehen, im Film, online oder wo immer sehen werden. Also wir werden unsere Aufmerksamkeit nicht nachlassen. Also wir werden unsere Aufmerksamkeit nicht nachlassen.